Bin ich verpflichtet, bis zur Vollendung des 63. Lebensjahres weiterzuarbeiten, um dann meine Rente mit 63 zu bekommen? Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von RentenBescheid24.de. Das Thema Rente mit 63 ist vielen Menschen sehr wichtig. Oft geht es um Fragen wie den Beginn der Altersrente, mögliche Abschläge oder aber auch zum Hinzuverdienst. Folgende interessante Frage erreichte uns auf RentenBescheid24.de. Ich bin 58 Jahre alt und habe laut Rentenauskunft 38 Beitragszeiten erreicht. Ich will mit 63 in Rente gehen, aber mit 60 soll Schluss sein mit Arbeiten. Ein Bekannter von mir erklärte, dass ich bis zum Rentenbeginn durcharbeiten muss. Ansonsten gäbe es meine Altersrente mit 63 nicht. Stimmt das? Nein. Alle vier Altersrentenarten in Deutschland, also die Regelaltersrente, die Altersrente für langjährig Versicherte, die Altersrente für schwerbehinderte Menschen und die Altersrente für besonders langjährig Versicherte, haben im Kern folgende Anspruchsvoraussetzungen. Und zwar für jede einzelne Rentenart das entsprechende Lebensalter, entweder den frühestmöglichen Beginn oder den regulären Beginn. Bei der Regelaltersrente und bei der Altersrente für besonders langjährig Versicherte gibt es grundsätzlich nur einen regulären Beginn. Und für jede Altersrentenart eine sogenannte Wartezeit, gerne auch Mindestversicherungszeit genannt, die Sie bei Rentenbeginn nachweisen müssen. Und für die Altersrente für schwerbehinderte Menschen noch den Grad der Behinderung, der ab Rentenbeginn vorliegen muss. Keine Voraussetzung ist es, dass Sie vor Rentenbeginn einer der genannten Altersrentenarten eine rentenversicherungspflichtige Beschäftigung nachweisen müssen. So nach dem Motto, gehst du nicht arbeiten, bekommst du die Rente nicht. Sie können selbst entscheiden, ob und wann Sie Ihre Tätigkeit oder Ihre rentenversicherungspflichtige Beschäftigung vor Rentenbeginn beenden. Das ist allein autonom Ihre Angelegenheit. Das kann auch fünf Jahre vor Rentenbeginn sein. Entscheidend für die jeweilige Altersrente ist nur, dass Sie am Tag des Rentenbeginns alle Anspruchsvoraussetzungen, also auch die Wartezeiten nachweisen können. Wann Sie genau diese Wartezeiten erfüllt haben, ist völlig egal. Bei der Regelaltersrente haben wir eine Mindestwartezeit oder eine Wartezeit von fünf Jahren. Die nennt man auch allgemeine Wartezeit. Und die können Sie meinetwegen schon vom 20. bis zum 30. Lebensjahr erfüllt haben und dann nie wieder in der deutschen Rentenversicherung beitragspflichtige Einnahmen eingezahlt haben. Das ist völlig egal. Sie müssen nur die Regelaltersgrenze des Lebensalters erreichen und die entsprechende Wartezeit. Wenn Sie also vorhaben, eine Auszeit vor Rentenbeginn zu nehmen, ein Sabbatical oder generell aufhören wollen zu arbeiten und vom Ersparten leben wollen, dann vorher bitte eine aktuelle Rentenauskunft einholen. Und dort bitte reinschauen, ob für die gewünschte Altersrente, die Sie dann später einmal in Anspruch nehmen wollen, auch wirklich die Wartezeit erfüllt ist. Nicht, dass Sie bei Rentenantrag dann eine böse Überraschung erleben. Und vergessen Sie bitte auch nicht, dass Sie bei längerem Zeitraum, in dem Sie nicht in die Rentenkasse pflichtig einzahlen, Ihren EM-Rentenschutz verlieren können. Näheres zu diesem Thema finden Sie auf www.rentenbescheid24.de Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche, Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.